Willkommen zurück, liebe Leute, zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind auf dem Weg in Richtung Seelawasserfall. Und, jo, ich wollte jetzt hier eigentlich mal die Abkürzung nehmen. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich es mir vorstelle. Was ist denn da unten? Keine Ahnung, was das ist. Aber ich weiß nur, ich muss in die Richtung. Ah, ne, halt in. Halt, muss ich in die Richtung? Ich glaube fast ja. Ich hoffe es. Ich bringe jetzt hier einfach mal rüber. Oh, das war mega knapp. Oh, shit. Oh, nein. Wie dumm von mir. Nein, 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 nein. Oh, das ist noch dümmer. Ich hoffe, ich starte oben wieder. Bitte oben starten, bitte oben starten. Nein! Ich starte genau hier. Oh, ist das doch... Das ist doch echt ärgerlich. Oh, ich habe es doch geschafft. Muss ich erst mal gucken. Ich glaube, da muss ich auch lang. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Warum bist du nicht gold? Komm, roll. War aber auch kein Krog. Egal. Kein Krog, kein gar nichts. Ja, nee, ist klar. Wir blockieren hier mal alles, ne? Alles hier mal zumachen. Oh. Moment. So. So wollte ich es haben. Hm, Apfel. Holz frei. Wartet mal. Damit kann ich bestimmt wieder irgendwas machen. Eine Sora-Lanze? Nee, aber was kann ich mit dem Metall machen? Ach, kommt. Egal. Keine Ahnung, was ich da machen kann. Ah. Weg. Au. Oh, scheiße. Aus der Fitze, raus! Ich habe es noch mir gedacht. Verdammt, der schießt ja mit Elektro-Fallen. Oh, Mann, oh, Mann. Ah, da wurde ich mal eben geblitzdingst. Ist der jetzt ernsthaft gerade was gefressen und ist am gröbsten? Oh. Na ja. Gut. Dann halt so. Also ich würde sagen, das war ein totaler Fail. Okay. Passt. Da haben sich sogar. Mist. Da kommen wir nicht ran. Ah. Ah, haben wir jetzt da noch aufgesprungen. Ah, shit, wir sollen an den rankommen. Oh, oh, oh. Oh. Ähm. Ähm. Röstparsch. Röstparsch. Oh, nee, ne? Nein. Alter, was machen die... Neeein! Okay. Kann ich das irgendwie umgehen? Nee, ne? Oh, ich glaub's doch nicht. Na, komm. Okay, den haben wir. Ach komm! Ernsthaft? Los, Link, lad dich auf. Okay, gehen wir hier oben lang. Dann greifen wir ihn da von hier an. Okay, der ist weg. Wo ist jetzt der andere? Wo ist der andere? Den will ich jetzt auch noch erwischen. Da ist wieder einer. Okay. Irgendwo war hier noch einer. Egal. Wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Ich weiß, wir schleichen uns jetzt hier gerade so ein bisschen dran vorbei, aber egal. Das ist echt heftig, ne? Der Weg dahin. Die Laathe-Brücke. Das ist die ganze Zeit regnet, gefällt mir gar nicht. Muss auch irgendwie nochmal was kochen oder so. Ruf, ey. Milch bringt mich nicht weiter. Wir haben einfach das Edelwild und füllen uns damit ein bisschen auf. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir jetzt hier... Hallo, hallo Link. Ja, wo ist denn der jetzt schon wieder? Hier bin ich. Hier unten. So nah und doch so fern, was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Soras. Ich fühl mir schon mal vor. Wir sehen uns dann im Dorf. Oh nein, Link. Von hinten kommt ein Monster auf dich zu. Pass auf. Oh, ne? Ernsthaft? Oh, ne? Na, komm. Was ist denn das für eine Moblin-Moblin-Keule? Na, super. Mein Wappentasch ist eh voll. Irgendwo da oben scheint auch noch was zu sein. Aber das ist erstmal egal. Wir wollen jetzt hier weiter hoch. Zum Dorf der Soras. Hyrule-Pilz. Wunderbar. Oh, hier gibt's Pilze. Gleichlegen. Oh, hier haben wir schöne Ressourcen. Maxi rüber. Könnt ihr eigentlich... Okay. So, nehmen wir mal mit. Komm. Ich will gar nicht wissen, wofür ich das alles gebrauchen kann. Kann ich da außen lang oder hier lang? Oh, nein. Oh, shit. Gut, ich laufe weiter. Ich hab keinen Bock auf den. Ich bin jetzt zum Dorf der Soras. Und deswegen ignoriere ich den jetzt einfach mal. Da mag vielleicht irgendwas Interessantes gewesen sein, aber... Ich hab jetzt keinen Bedarf daran. So. Gucken mal. Da hinten ist die nächste Brücke. Und das ist doch der Soras. Okay. Wir fliegen jetzt hier einfach mal schnell rüber. In der Hoffnung, dass das auch funktioniert. Die sehen mich nicht. Ich seh die nicht. Passt wunderbar. Das da unten scheint, irgendein Eingang zu sein. Schrein in der Nähe. Gucken wir mal auf den Karten. Auf die Karten. Da muss wahrscheinlich das Schrein irgendwo da sein. Oder bei den Soras selber. Also auf Anhieb seh ich erstmal nichts von den Soras. Dorf der Soras. So, aber wie komme ich jetzt nach? Warte mal. Muss ich denn da hin? Das kann ich nicht. Ich glaube, ich muss ja da oben hin, oder? Weiß es gerade nicht. Hm. Oh. Hallo. Ich hab auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Soras. Komm mit. Ich stell dir dem König vor. Hier entlang. Ob der immer noch so fett ist wie früher? Hm. Ich weiß ja nicht. Deiner dicker, moppiger König. Neuer Zielpunkt. Dorf der Soras. Hep, hep. Hep, hep. Ich höre ihn, aber ich seh ihn nicht. Da ist er doch. Neji-Yoma-Schrein. Mal gucken, was es in diesem Schrein gibt. Neji-Yoma-Schrein. Neji-Yoma-Schrein. So. Ach du Scheiße. Mein Name ist Neji-Yoma. Im Namen der Göttin Hyya sollst du geprüft werden. Heben und senken. Nein, nicht ganz. Okay, gut. Dann kommen wir hier lang. Haha. Das ist Rezestlütung. Und lass mich raten, ich komme hier nicht hoch, oder? Doch, ich komme da hoch. Shit. Wah. Geht das? Nein, der hat nichts damit zu tun. Okay. So. Okay. Soll ich den jetzt bewegen? Geht das mit dem Magnetmodul? Nö. Wie kriege ich denn den jetzt nun? Ah. Machen wir jetzt mal hier die Kiste. Dafür ist kein Platz in meiner Tasche. Mh, 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 mh. Eisstab. Nee, Wasser. Perfekt, okay. Damals die Sora-Lanze. Nein. Okay, so komme ich schon mal nicht hoch, aber ist egal. Also, ich muss jetzt da irgendwie... Ah, ah, haha. Ah, 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 ah. So. Nein, 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 nein Okay, come. Okay. Das wird jetzt echt schwer. Nein, 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 nein. Damn it! Ich hab echt ein Pech, oder? Wie mach ich denn das jetzt am besten? Ja, warte mal. Der muss da hin, ne? Ja. Der muss genau da hin. Machen wir das einfach mal so. Das ist, glaub ich, die Idee, die ist bis Jahrhundert. Wenn ich das jetzt so mache. Gut. Ja, genau. Genau, da musst du da rüberrollen. Genau. Genau. So, wir meinen jetzt jetzt am besten. Okay. Passt das? Nee. Das könnte passen. Das ist echt gar nicht so leicht, ne? Nein, du solltest gar nicht zuerst. Okay, gut. Okay, komm. Machen wir erst mal dich hier weg, komm. Tschüss. Danke. Nee, komm. Okay. Na, komm. Okay. Nein, 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 nein. Wie ist denn denn da lang? Damn it. Ich glaube, ich muss das Ganze mal von oben betrachten. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Kupsen den jetzt mal. Da rüber. Na, komm. So, das könnte vielleicht funktionieren. Ja, komm daneben. Das roll. Roll, du kleines Luder. Roll. Roll. Ganzhaft. Komm. Nein. Wie soll denn das gehen? Ich glaube, wir jetzt hier nochmal. Hier nochmal. Der ist echt knifflig. Der ist richtig knifflig, der Dungeon. Boom. Zack. Oh, nö. Oh, verdammt. Leck mich. So. Nummer 1. Gut, der hält den jetzt erstmal auf. Wunderbar. Wer rollt da lang? Bitte sag mir jetzt einfach, dass du rechts lang rollst. Okay. Das ist auch in Ordnung. Okay. Nein. Nein. Er muss also genau da landen. Heißt? Ne, wartet mal. Obwohl doch, das geht. Dann kommen wir jetzt so. Okay. Wir probieren es nochmal. Leck mich. Leck mich. Leck mich, du blödes Ding. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Kaboom. so nein nein Der kann eigentlich weg. Und damit habe ich zwei Stück frei. Alter, das wird auch schon wieder eine extra lange Folge. Ich habe heute echt nur lange Folgen. Glaubt ihr gar nicht. Nein. Leck mich doch, du blöde Kugel. Jetzt reicht es mir aber. So. Kannst du mich mal? So, bam. So, wer muss jetzt da hin? Der rollt dann jetzt langsam hier rauf, runter. Genau. Okay. Und jetzt gehst du da bitte rein. Oh, Gott. Danke. Wow. Was für eine Nuss. Was für eine harte Kopfnuss. Nuss? Kopfnuss. Ohne Zweifel bist du ja auch sowjetät. Ich habe keine Lust mehr, deine ganzen Sachen da vorzulesen. Du da warst eh immer nur das Gleiche. Achso. Ja, gut. Ich habe wieder voller Energie. Möge die Hötting Gülja, der bei... Gülja. Hötting Gülja. Kennt ihr die Hötting Gülja? Oh Christi, Hötting Gülja. Egal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö. Tschö.